Wie sehr liebst du Fisch? Bis zehn. Was? Bis zehn. Bis zehn. Komm mal wieder. Bis zehn, ha? Er sagt bis zehn. Bis zehn, ha? MashaAllah, MashaAllah. Okay, und von einer Skala von eins bis zehn, wie sehr liebst du... Wo ist... Hey, ich hab bei meinem Lieben Sucuk nicht gegessen. Warum? Dieses Sucuk, ich hab noch nie... Ja, ist auch normal, dass du noch nie gegessen hast. Was ist das? Wie auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr liebst du Sucuk? Ja, leider, ich find auch, Bruder. Ich mag nicht Sucuk. Warum? Ich hab noch nicht gegessen, was schmeckt das? Das schmeckt... Bruder, hast du noch nicht Sucuk gegessen, oder was? Noch nie, Wallah, Bruder. Und wie oft hast du Fisch gegessen? Wallah, Bruder, Fisch, du weißt. Wir sind Männer. Wir sind... Aber dieser Fisch hat Proteine, Bruder. Dieser Fisch ist ganz richtig Proteine, Bruder. Hat Proteine, Eiweiß, Shake, alles. Alles drin, B, A. Vitamin A, B, C, S. Alles drin, alles drin. Das macht dich richtig, richtig gesund. Und stabil stark. Ja. Bin ich auch der Meinung. Leute, macht mir aber nur dieses Auberginen-Smiley in meinen Chat. Alle. Welche Farbe hat Fisch? Du weißt, jeder Fisch ist nicht gleich. Eine rote, eine blaue, eine pinke, eine... Blau, wo hast du blau getroffen, ne? Wo hast du, hast du Schlumpfina gewählt? Mit Alien, mit Alien von Mars hat er gemacht. Alles nicht gleich eine schwarze. Ah, Schlumpf. Der hat einfach Schlumpf auseinandergenommen. Ah. Ich bin Doktor, ich weiß alles. Ah. Gudi, danke. Gudi, danke. Allahu Akbar. Einfach Schlumpf. Papa Schlumpf oder Mama Schlumpf? Das ist normal. Ich hab dich gesagt, gerade gesagt. Van Dia zum Beispiel. Bist du ein Mann oder Frau? Mann. Mann. Bist du ein Mann. Liebst du nicht Fisch? Natürlich mag ich Fisch. Salmone a la Griglia. Dorade. Scampi. Ja, Dorade. Wo versteht Dorade? Ich mag Seezungen. Sehr lecker. Sehr lecker. Gegen wen darf ich matchen? Gegen Rambo oder gegen Faso? Bruder, ich und Rambo haben uns gerade connected, Bruder. Die Leute sagen, Faso wartet. Was? Die Leute haben zu mir gesagt, Faso wartet. Nein, Wallah. Für was warte ich hier seit 10 Minuten am Anakoyim? Bruder, ich bin gerade mit Rambo erst reingekommen, Bruder. Wir können Vierer machen, aber wir sind gerade erst reingekommen. Für was warte ich hier am Anakoyim? Oder Wallah, ich hab nicht mal einen Match mit Rambo gemacht. Wir sind gerade hier reingekommen. Warte mal. Sollen wir... Leute, habt ihr Bock auf Vierermatches? Was sollen wir machen? Rambo, kannst du einmal mit deinen Hosen ausziehen? Rosa? Ja. Weil irgendwann müssten wir auch starten. Kannst du deine Hose ausziehen, Rambo, bitte? Meine Hose? Ja. Gerade meine unten aus. Ha, eine Frau, ich bringe diese Frau. Claudia. Hallo. Tschüss. Ey, Rambo, ich geh raus. Ich komme später wieder. Alles klar. Tschüss. Was haben die denn, Alter? Ich bin schon nie... Wollt welche Gedanken? Rambo, warum willst du uns jedes Mal so... Warum machst du das, Rambo? Warum jetzt? Ja, ich weiß zum Beispiel, ich liebe diese nicht. Digga, der macht einfach, was er will. Was seine Eier gerade sagen. Ey, mach mal keinen Leute. Tut mir leid, dass ich euch das jetzt so sage. Er wäre schon gut, wenn wir anfangen zu spielen, weil ich kämpfe um eins. Ja, Bruder, entweder machen wir jetzt... Das Vierermatches machen, weil, Digga, ich bin rausgegangen extra, Alter, weil die sagen, alle Faso wartet. Bruder, wallah, ich hab... Die Leute haben uns so zusammengepackt. Soll ich Elvito einladen? Yallah. Ich lade mal Vito ein auf Vierermatches, ne? Da kämpft jeder gegeneinander. So. Was geht ab, was geht ab? Was geht ab, was geht ab? Nix bei euch. Tanja. Alhamdulillah, mein Bruder, wallah. Alles gut, mein Bruder. Wir haben jetzt vor, ein paar Vierermatches zu machen. Seid ihr alle dabei? Ja, wir machen, Bruder, ein paar Runden, ja? Okay, super. Was machen wir mit zwei Leben rauswerfen? Ja, ja. Ey, warum höre ich mich doppelt? Bruder, wallah, ihr müsst mich alle stummen. Das ist wegen mir, glaube ich, ja? Okay. Gleich, wenn wir starten, stummt mich einfach alle, Tama? Genau. Also, warte mal kurz, ich rede mal kurz für alle, die hier sind. Freunde, wir spielen hier, der mit den wenigsten Leben fliegt raus. Jeder hat zwei Leben. Zwei Leben hat jeder. An die, die neu sind, wir kämpfen hier alle gegeneinander, Freunde. Alle gegeneinander. Wir kämpfen nicht miteinander in einem Team, sondern nicht die Punkte hier oben entscheiden, wer gewinnt, sondern die Punkte bei dem jeweiligen Streamer an der Ecke, die da gleich stehen werden. Wer die wenigsten Punkte hat, am Ende von der ganzen Runde, verliert ein Leben. Jeder hat zwei Leben, wer als erstes zwei Leben verliert, ist raus. Das hört sich, das hört sich genauso an, das hört sich genauso an, ganz einfaches Prinzip, mit spannender Musik, tippt alle auf mein Gesicht, wir sind 2500 Menschen, Leute, und versucht uns, oder lasst uns, Leute, das hört sich gerade genauso an, wie im Boxstadion. Ganz wichtig, Leute. Es hört sich richtig an, wie Boxen gerade. Leute, alle, Team Fezo und ein Herzen in den Chat, got a 45, 10 weeks. Hey, Fezo, machst du spannende Musik an? I'm making spannende Musik an, that's not a problem. LS, dankeschön. It's not a problem, I'm making no problem. Alle zusammen, Leute, Team, Leute, von Anfang an, Team Fezo und ein Herzen in den Chat. Team Fezo und ein Herzen in den Chat, alle. Let's get ready. Jeder spielt für sich selber, Leute. Ja. Jeder spielt für sich selber. Let's go. Alle gemeinsam, alle zusammen. Und nicht so durcheinander sprechen, ne, Junge. Let's go. Leute, stummt Vito, weil der bei Dings hat. So. Von Anfang an, hier kann auch die mal zwei Runde... Marco! Danke für dein Abonnement, Marco. Danke für dein Abonnement, Marco. Dankeschön. Marco, dankeschön. Alena, mein Herz. Was geht ab, mein Schatz? Lajos, mein Bruder, Land. Fliegt am Ende des Tages raus. Mein Bruder, Land. Lajos, Leute. Mit zwei Leben. Genau so. Mit zwei Leben und rausschmeißen. Dankeschön an alle. Leute, alle zusammen irgendwie an Nino rankommen. Irgendwie an Nino rankommen, Leute. Alle zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lajos, dankeschön, mein Bruder. Lena, danke sehr. Jeder Punkt zählt hier, Leute. Wir kämpfen um eins. Zusammenhalten. Nicht verlieren. Nicht direkt das Leben verlieren. Alle zusammen. Alle gemeinsam, Leute. Alle zusammen. Milena, dankeschön. Alle gemeinsam. Genau so. Guckt in die Wunschliste. Mina. Leute, wir müssen irgendwie an Nino rankommen. Wir müssen irgendwie an Nino rankommen. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nino und dein Herz hier rein. Wirklich alles. Misha, alle zusammen. Alessa. Alessa, genau so, Leute. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei der Viererkonstellation eine Malzweik kommt, Leute. Aber kann kommen. Kann aber kommen. Lajos. Lajos. Offiziell Mergem. Was geht ab, mein Bruder? Vela, mein Herz. Dankeschön, Vela. Ich habe dich ignoriert auf Instagram, Bruder. Ich habe nur so viele Nachrichten bekommen. Ich habe gesehen, Bruder, dass du mir gratuliert hast. Nochmal vielen lieben Dank, Bruder. Da hast du an mich gedacht. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Und ich hoffe, wir sehen uns in Kostow bald wieder. Ich hoffe, Bruder. Liebe Grüße an dich. Selma. Selma, genau so, Leute. Zusammen. Danke für die Schatztruhe. Genau so. Will das nicht niemanden alleine. Alle zusammen. Dankeschön für die Kiste für Fightview. Leute, immer lieben. Eldina. Dankeschön. Alle zusammen. Gemeinsam. Keine Malzweirunde bis jetzt. Pets. Dankeschön. Lajos. Malzwei. Malzwei. Malzwei kommt, Lajos. Dankeschön. Malzwei kommt. Malzwei kommt. Das sind die Runden, Leute. Jetzt müssen wir Gas geben. 37 Rosen. 37 Rosen. Zusammen. 37 Rosen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. 37 Rosen, Leute. Zusammen. Ganz, ganz wichtig. Zusammen Rosen. Rosen rein. Rosen rein. Perfekt. Alles Malzwei, Leute. Jetzt ist das Wichtigste hier. Jetzt, 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 jetzt. Alle gemeinsam. Jetzt. Leute, Malzwei. Alle werden schießen. Alle werden schießen. Ganz wichtig. Elvito safe, Elvito safe, Elvito safe, Elvito safe, Leute. Zusammen, zusammen. Martin. Nein, nein, nein. Zusammen, Leute. Zusammen, gemeinsam. Principessa. Nein, 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 nein. Leute, gemeinsam. Dilara. Lajos. 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 Wow, 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 wow. Lajos. Oh mein Gott. Lajos. Marco. Oh mein Gott wird das knapp. Marco. Selma. Ja. Ja. Exona, danke schön. Leute, aufpassen. Dilara, danke schön. Aufpassen. Leute, Elvito safe. Sehr, sehr stark, Lina. Dankeschön, Pat. Vielen lieben Dank. Elvito safe, Leute. Elvito safe. Bei Rambo wird auch noch was kommen. 100 Prozent. Wir müssen jetzt Abstand aufbauen. Leute, Elvito safe. Elvito safe. Wir müssen, Leute, Abstand aufbauen, weil wir sind noch gleich, glaube ich, Alter, sogar auf Top 3. Deshalb müssen wir Abstand aufbauen. Wir müssen... Leute, alle zusammen, alle gemeinsam. Alina. Einfach, Leute, das kann noch alles passieren. Rambo ist sehr, sehr stark. Es kann noch alles passieren, Freunde. Rambo ist sehr, sehr stark, Freunde. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Freunde. Nicht vergessen. Alle TikTok, Angst. Ich habe alle zusammen. Ey, sag mal. Alle zusammen. Lajos, vielen, vielen lieben Dank, mein Bruder. Marco, Dankeschön. Selma, Alessa, Bella. Exona, Alina, alle vielen lieben Dank. Alina, mein Schatz. Ich küsse deine Augen, beruhig dich, chill. Mach entspannt. Sei ein Teil von hier, vom Reden. Dies, das... Samar, Dankeschön, Samar. Alle gemeinsam. Alle zusammen. Liebe Fabriere. Betül, Dankeschön. Leute, aufpassen. Faizo ist ganz nah und ich habe das Gefühl, bei Rambo kommt noch was. Wir müssen wirklich aufpassen, Freunde. Danke. Samar. Dankeschön. Vanessa, Isra, Christoph, Lena, Dankeschön. Karolin. Samar. Dankeschön, Samar. Vielen Dank. Tamara. Genau so. Einfach alle zusammen. Leute, irgendwie an Nino rankommen. Als Team, als Team. Genau so. An Nino rankommen. An Nino erst mal. Pompa kommt noch. Samar, ich küsse dein Herz. Martin, Alter. Hauptsache, ich liebe das Leben nicht. Los. 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 Los.